Servus in Deutschland, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum ersten wirklichen spürten Part des Erzählmodus von Anomaly 2. Ja, ich weiß auch noch nicht so ganz, was mich hier erwarten wird, aber mal gucken, wir werden es sehen. Dann würde ich einfach mal sagen, wir starten. Missionsauswahl, Einleitung, Nullpunkt. Die Maschinen sind mit nur einem Ziel zurückgekehrt, die menschliche Rasse zu vernichten. Unsere letzte Hoffnung zu überleben war eine Waffe namens Projekt Schockwelle. Ein verzweifelter Widerstandsversuch. Es sollte die letzte Mission des 14. Zuges werden. Es war im Jahr 2028. Und ab dafür. Machen wir nochmal. Ha, wir wissen noch nicht, was uns erwartet. Ich kenne das Spiel noch nicht so richtig. Ich habe schon am ersten Tag gespielt. Aber da ist vielleicht, ändert sich ja irgendwas. Ich kenne das Spiel noch nicht so richtig. Bei der Zeit, wie es gespielt wurde, war es zu lange. Die Humanität schloss. Und schloss hart. Projekt Schockwelle. Klingt besser als Schockwelle. Ohne Scheiß. Ah. Klingt besser als Schockwelle. um zu bewegen ja das ist ja wunderbar ok werden jetzt hier so langsam eingeführt so wird es gleich falsch angesetzt ja das haben wir schon mal damals gehört We'll play with that. We have some time to come out of the waterfall. Move down this road, Captain. The research station is up ahead. Remember to use your abilities. Without them your men won't stand a chance. ok sind so ein bisschen vorher aber vielleicht mal ein paar sachen ein hier die weitere paratur jetzt oh shit what the fuck we got a situation ambush take hands on our left and right flank they're hiding between the cliffs assault house won't do a lick of good all units warp into hellhouse I don't think that's what that is that's right now engage doesn't play all of them do you have fun here? enemy eliminated enemy machines down it's nice it's nice to see even if he gets hit if he gets hit he gets hit that's what I think oh I'm going to go I'm going to go the stairs are too far the hellhounds won't reach him more back into us all hells hey where's our backup? the guhound one backer is zero all threats eliminated these perks are always always on the ground captain they took cover in the rocks on both sides you know the drill soldier look hmm that's what I thought you were too long for me oh hmm hmm come on and get you the zone clear that's awesome Diese Farben sind immer diese ... Ach du kacke. Das glaube ich auch. Drogen werden die Flasen entspricht. Auch die Flasen. das ist alles noch ein bisschen einfacher zu anfang aussehen eine einheiten ok okay Wir haben es geschafft. Das muss die Forschungsstation sein. Was ist das? Die Tinkan Chamberlain? General, wir haben viele Strukturen hier. Alle Alien-Origin. Die Forschungsstation steht noch. Es hat nicht wertvolle Daten auf Projekt Shockwave. Das Daten ist dein Hauptobjekt. Okay, Leute, du hast den General gehört. Gehen wir! Ja. Mit Sicherheit nicht zu da. Aber gut. Ich bin wie ein Tastkart, Kapitän. Ich mag dich nicht. Tastkart für unseren Spezialist-Soldier. Lock und los! Kapitän, fokuss auf die KF-Soldier-Soldier-Soldier-Soldier-Soldier-Soldier. Ja, Sir. In Position. Ich gehe in. Kapitän, Poi, report! Sir. Sieht mir, alle Daten auf die Schockwave-Soldier-Soldier-Soldier-Soldier-Soldier-Soldier-Soldier-Soldier-Soldier-Soldier-Soldier-Soldier. Sie haben einen Schockwave-Soldier-Soldier-Soldier-Soldier-Soldier-Soldier. Rauch? Ich mache die Schock-Soldier-Soldier-Soldier-Soldier. Sie müssen wieder nachdem, Linien ausgeschlagen werden, nichts wichtiger. Sie müssen noch ähnliche KF-Soldier-Soldier-Soldier-Soldier-Soldier. Die Vorstellung, sich in die Position und warten für Ihre Vorricht. Sie haben, Vote für IhreJames-Soldier-Soldier-Soldier-Soldier-Soldier-Soldier-Soldier. Oha. Oh shit. Dann mehr ein. Was the fuck. What the fuck. Oha. 14 dazu vernechtet aber immerhin wir haben die daten was nicht schnell ich kann mich verarschen was ich da machen muss heute waren herz ist gold effektivität und schnell komisch mehr so jetzt aber echt mal werden sind hier in amerika gewesen da war es kalt eisig kalt was haben die gemacht mission 1 das war nicht die einladung virtuelle realität beschreiben das jahr 2035 konvoi yukon ist in bewegung zivilpersonen suchen in der gefrorenen einöde nach vorräten soll daten machen weiter mit ihrem training sie leutenden links müssen lernen eine neue waffe zu beherrschen den kampf anzog normal in der combat zu der größten military-töne sind gunpowder 1st lieutenant simon links 4213 miles north ja lieutenant simon links this is colonel ellen bolt commander of convoy yukon i'll be the one who's training you i need you to be in full command of the special mission unit let's get started links this is your tactical map on it and only on it you can choose your squad's path okay start here near the three training towers you can change your squad's route on each crossroad to do that just click on an arrow until it turns the way you need now plan a route that leads you to the safe zone yeah there are two ways to plan hmmm 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 these are the assault hauns, the pride of the convoy change control assault hauns start with a slow fire rate and minor damage capability Aber wenn sie weiterentwickeln, ihre Rate der Feuer erhöht. Aber wenn sie weiterentwickeln, ihre Rate der Feuer erhöht. Naja, wir werden noch mal so Knöpfe... ...Taktisch Gartenstau. Das ist dein Name. Na egal. Hä? Ich weiß nicht. Das ist für mich immer ärgerlich. Also Taktisch oder Kartisch? Da ist nicht mehr. Ach so, alles wahrscheinlich auch nicht. Ja, okay. Okay, okay. Ich habe nichts zu sagen. Ich bin schon nicht mehr. Ich habe nichts zu sagen. Das ist ein Musik mehr. Was ist das? Was ist das? Okay. There you have it. Hellhounds are effective in close quarters combat. Yeah. Designed for urban warfare, the Hellhound is heavily armored and equipped with two independent flamethrowers with a high rate of fire. The flamethrowers can set towers on fire and give additional damage as they burn. Flamethrowers get more effective over time and warm up quickly. Ich habe Feuer, deswegen werden wir auch schneller warm. Total logisch. Sonst. What the fuck happened? Ignore the tremors. We're catching some heat out here in the real world, but we got it covered. Focus on your training. Okay. Coming up to a fork in the road. Which route the squad takes, it's all up to you. You can change your squad's path now. Okay. Hm. Hm. Da es vielleicht Sinn macht, dass ich die Feuerrate hoch und hoch halte. Könnte ich auch eigentlich. Hm. So machen. Ich würde sogar so ein Problem geben. Machen wir das einfach mal. Let's move on. das war war nämlich hier man sieht schon ein bisschen das taktische an der ganzen sache ich ja auch gleich dafür sorgen dass die türme nicht kaputt geht nicht können dass die fahrzeuge gehen ihre mann an den sachen einsammeln muss und so warte aber habe es funktioniert ja ja effektivität Mit diesen beiden Missionen haben wir den ersten Teil schon mal geschafft. Ich fühle mich so langsam wieder das alte Spiel hineinversetzt und das hat auch so die Qualitäten von damals. Das gefällt mir, ohne Schalt. Ich hoffe euch hat es genauso gut gefallen und damit sage ich dann bis zum nächsten Mal, wenn es dann in den nächsten Let's Play Part geht. Damit tschüss. Wird um einige Erfahrungen sein Leben beraubt. Ich habe mit dem Messer quasi alles schneiden können, was ich im Haus erfindet und nicht schnell genug wegräunten konnte.